Moin, einmal hier der Schnorchel. Das ist erstmal das Schnorchel an sich. Wir haben hier die Klemme, um da einen guten Grip zu haben. Hier oben haben wir dann den Schnorchel selbst. Da ist auch ein Stopfen drauf. Hier ist das Anschlussteil für die Brille selbst. Hier wird das Ganze eingehakt, damit das eine gute Sicherheit hat. Und dann, ja, das ist die Brille. Alles vernünftig gearbeitet, riecht nicht irgendwie komisch und somit eigentlich ein sehr solides.